so servus leute und herzlich willkommen zurück zu hart zu pfeiern 4 tut mir leid für die letzte folge dass sie so abrupt aufgehört hat aber ich jemand vielleicht gehört habe hat es geklingelt und es hat leider sehr viel länger gedauert als ich das eigentlich wollen würde also ja ach stimmt fast vergessen wir sind hier unten ja voll im krieg nach dem wir euch zerstört haben japan kina den krieger klärt ja ja ihr mit einem kriegen so 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 sehr schön so zack jetzt barcelona ist gut verteidigt so Dann stelle ich mich mal hier auf. So. Schneiden wir sie mal ab. Wir werden mal die drei Divisionen hier klein kriegen. Ich meine, wir haben hier Panzerkraft. So. Wir geben ziemlich viel Divisionen hier. Ja, dann dürfen die da... Boah. Aber wenn die da oben so viele Divisionen haben, können die da unten eigentlich kaum noch was haben. Boom. Geh' ich jetzt mit meinen zwei Panzern gegen fünf Divisionen von denen. Sieht so aus. Hallo, Spanien. Hallo, Spanien. Hallo, Spanien. So. Hm. Ob ich gewinne gegen die... auch ohne Spanische Hilfe. Also die richtige Spanische Hilfe. So, Rohstoffabbau. Da bin ich gut dabei. Das forsche ich dann. Dann gehe ich hier auf das zuerst. So. Da könnte ich ja eigentlich die Feldlazarett und Aufklärung dazu stecken. Ich muss natürlich dann die Produktion erhöhen. Das kommt weg. So, was mit meinem Panzer... Das kommt weg. So, was mit meinem Panzer... So, bitte. Und jetzt beide gleichzeitig angreifen. Machen wir halt mal so zwei Fronten. So, das halten die nicht ewig durch. Definitiv nicht. So, E5 gehört hier dazu. Ein Triumph für Deutschland. Sehr schön. Jetzt hätte ich gern die Soldatenländer. Gerechtigkeit. Ja, einfach mal Slowenien geschenkt bekommen. Das ist Gerechtigkeit auf jeden Fall. Boah, da sind zehn Divisionen und ich vernichte die trotzdem. So. Das sieht gut aus. Ja, jetzt werden wir auch mal geholfen. Wie nett. Ah, jetzt verlieren die sechs Divisionen. Du, erhol dich. Und... Atacke. Sehr schön. Jetzt hierher. Okay. So. Und kaputt. So. Und ab nach Valencia. Und dann versuchen wir sie jetzt einzukesseln. sehr schön. Sehr schön. Wenn Madrid jetzt fahren würde, dann würden sie schon kaputt gehen. So. Ich benötige sehr viel Zusatzausrüstung. Ich lasse die Waffen mal lieber ein bisschen hoch. Und dann raus. Blitzkrieg. So, jetzt breche ich doch mal zum dritten durch. Ich habe auch nicht ewig Zeit. So. Okay. So, dann brechen wir dich an. Passt schon. Dann hol dich lieber. Und greife hier an. So. 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 Heute ist... Was? Die haben abgelehnt? Heute ist ein historischer Tag. So. Oh. Nicht doof. Juhu. Das... Die Sudeten-Deutschen sind heimgekehrt. So. 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 Aber, die zweite Waffe, könnt ihr die jetzt wenigstens irgendwo durchbrechen, ja, hier brechen sie durch, so, jetzt ist das kein Problem mehr für mich, ich breche es hier ein, so. Okay, ich möchte von der zweiten Front aus angriffen und denen endlich soweit wie möglich alles abschneiden, ne, nicht von hier, fass schon hier hin. So, das sind mal ein Glückkessel, der Fall von Nanjing. Ja, ich möchte nicht, ob die Japaner das gewinnen. So, wen habe ich da noch für Schleißreite? Hört sich gut an. So, du fährst jetzt wieder hier hin. Und von hier greift er dann rein. So, gleichzeitig. Sehr schön. Die halten nicht mehr lange aus. So, und hier möchte ich dann den Rest mit Panzer auffüllen. So, hier fehlt Zusatzausrüster. Dann, ja, bitte. Zusatzausrüster. So, Zusatzausrüster. Ausrüstung. Momentan, die höchste Kriminalität. So. Die können ja nicht mehr ewig leben. Durch das Einkessel haben die früher oder später ein Problem. Die haben zwar eine lokale Versorgungsbasis, aber die wird nicht ewig halten. Also, ich mache mal ein bisschen schneller, damit die jetzt sterben. So. So. Sehr schön. Okay, das ist der Schicksal der Tschechoslowakei. Sieht nicht gut aus für euch, Jungs. Kernregion. Kernregion. Sehr schön. Das sind 188 Tage, dann mache ich das schnell. Panzerspitze. Ihr zwei gehört hier dazu. Und wo ist der denn, ehrlich, von meinem Stein? Da kommen dann noch zwei Panzers dazu. Formationsbreiter. Sehr schön. Sehr schön. Da habe ich auch bald kein Problem mehr mit der Zusatzausrüstung. Bündnis auflösen. Nö. Da gehen wir jetzt auf umfangreich. Und ihr schließt euch hier an. Hä? Ach so. Ach so. Das ist eure Frontlinie. Und ihr schließt euch. Wie gesagt, ja. Muss ich unbedingt alle ausbilden. Schrecklich. Wenn die Level 1 sind. Ich habe eine geringere Verschleißrate. So. Ich habe jetzt Gummiüberschuss. Und vom Öl auch noch ein Verschleiß. Dank den Ölfabriken. Sehr schön. Die sind fast Stufe 4. Sehr schön. Slowakei ist Marionettenstadt einrichten. Ja. Definitiv. Die Schicksal der Tschechoslowakei. Danzig gegen die Slowakei. Genau. Wieso nicht. Jetzt hätte ich gern die Ostgebiete zurück. Boah. Ich sehe so mächtig schon aus. Einen kleinen feinen Marionettenstadt habe ich jetzt auch noch. So. Du schließt dich hier an. Ihr 4. Gründet eine neue Armee. Mit Erwin Rommel. Ihr kommt hier hin. So. Jetzt kommt Papier dazu. So. Ich habe wieder einen. Der Bedarf ist gerade gespielt. Hier habe ich auch einen Bedarf. Und den Bedarf. So. Da der letzte Part so ein bisschen kürzer war. Machen wir heute ein bisschen länger. Würde ich sagen. So. Das ist alles ausgleichende Gerechtigkeit. So. Hier bin ich auch gut. Ich nehme mich auf das. So. Schließ dich an. Busladen möchte ich natürlich auch haben. Und beschließt euch. Oh. Nervig. Nervig. Erwärter wie den eigenen. So. Alle hierher bitte. So wie sieht es hier aus. Das passt. Lassen wir mal so. Und das lassen wir auch noch so. Einen Entschüsselung hätte ich gerne. So. Ist ja auch etwas seltsam. Wie sie damals das aufgeteilt haben. Der zweite Weltkrieg. Hm. Mobile Panzer. Geschwindigkeit. Ich gehe auf den mobilen Panzer. Mal die Kriegsmaschinerie ein bisschen antreiben. Die Ostgebiete zurück. Dann machen wir das. Ausgezeichnet. Deutschland beansprucht das Memelland. Ohne überhaupt nur einen Krieg zu führen. Bin ich schon zu fett. Das kann auch nur Deutschland. So. Ich habe wieder einen Ölüberschuss. Das ist immer toll. Und Gummi auch. So. Ich habe wieder freie Zivilfabriken. Gleich mal ein paar Radastationen. So. Die Slowakei. Hat auch schon vier Divisione gebaut. Boah. Das ist so eine richtige Killer-Einheit. So. Panzerkampfwagen. Zwei Jahre. Maus. Das ist immer ein toller Name. Forschungszeit. Panzer. Geschwindigkeit. Und Zuverlässigkeit. Das passt derweil. Jetzt werde ich den zweiten Waffenforscher. So. Sie werden langsam faschistisch. Ciao. De Battaglia. Ungarn. Meine Freunde. So. Handelsüberfahr. Das ist da. Das ist der Schicksal von Tobiana und der Schicksal Jugoslawiens. Euer Schicksal ist es, mir zu gehören. Ihr wisst es noch nicht. So. Ihr sechs schließt euch da drüben alle an. Industrie. 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 Das passt jetzt. Dann. Hier wieder hin. Ich brauche mehr Artillerie. aber nun, ich baue jetzt nur so viel, dass ich nicht neue Rohstoffe brauche so zwei Zivilfabriken ein bisschen mehr Flugabwehr hier bin ich eh schon gut und zwar hier ja, dann wäre es so besonders über Berlin so sehr schön da bin ich gut dabei vielleicht die bessere Antillerie dazu ich brauche viele von euch hoch mit dir so, wann wird denn das Schicksal von Jugoslawien entschieden? so Schwerpunkt das passt sehr schön ja, das gefällt mir so, das Schicksal Jugoslawiens wie wird das Schicksal wohl ausgehen? und zwar annektieren wir ganz Jugoslawien ich schaffe eine kroatische Marionettenstaat annektieren wir den Rest machen wir beide Marionettenstaat Kroatien und Jugoslawien und Jugoslawien hmmm ich habe jetzt die Frage das wäre also das wäre kein kroatischer was habt ihr denn so ihr habt viel Aluminium und Chrom brauche ich davon was Chrom brauche ich nix Aluminium habe ich selber viel machen wir beide zu Marionetten Kroatien und Jugoslawien ich bin dafür dass wir eine kroatische Marionetten eine kroatische Marionettenstaat oder beide hm dann machen wir nur Kroatien zu einem Marionettenstaat hallo Kroatien machen wir so so weil hier habe ich noch ein bisschen Stahl dabei und Chrom ok das passt das passt so und die Kroaten können Gas geben so ihr schließt euch noch an und dann passt das so das soll es aber gewesen sein von der heutigen Folge ich sage danke fürs Zusehen und ciao